Das muss dann auch gar keine Verordnung sein oder sowas, sondern was auch immer, das kann auch eine Empfehlung sein, was dann aber so verpackt wird, als wäre das irgendwie eine konkrete Aufforderung oder wie auch immer, was dann aber wieder keine Sau mitkriegt. Ja, das könnte zum Beispiel so sein. Oder was das auch möglich wäre, das wäre tatsächlich, dass da jetzt erstmal gar nichts mehr kommt in die Richtung, aber dass man halt eben den Leuten halt sagt, ja, ja, aber macht das doch bitte. Also so quasi an die Eigenverantwortung der Leute appelliert, ja, also hier, macht das doch bitte und dass man vielleicht dann sagt, ja, wenn das nicht genügend Leute machen, dann müssen wir das halt wieder vorschreiben oder wie auch immer. So könnte es also auch sein, ja, und dass die Leute sich dann natürlich auch irgendwie gegenseitig kontrollieren und denunzieren und was auch immer, ja, wenn da jemand ausschert. Ich sehe immer so eine Frage. Also ich meine, es kann dann halt, es könnte, in diesem Fall könnte es zum Beispiel dann sein, dass ihr dann irgendwo Bus fahren wollt und da ist dann halt so ein Schild, da steht dann drauf, bitte tragen Sie eine Maske und oder halt ihr wollt ins Geschäft einkaufen gehen, da steht dann bitte tragen Sie eine Maske, aber überlegt euch mal, ob das nicht sowieso schon da gestanden hat. Und das ist sehr interessant und, äh, vielleicht stand das ja bei dem einen oder anderen auch vorher schon da und, äh, auch die Farbe eines Schildes kann ein Hinweis sein. Stell euch mal vor, ihr fahrt auf der Autobahn, da steht 130, ein roter Kreis drumrum, was heißt das? Das ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung, ja, ihr dürft nicht schneller fahren. Aber was ist denn, wenn da ein blaues Schild ist und da 130 drauf steht, was ist denn dann? Was heißt denn das? Heißt das, sie dürfen nicht schneller fahren als 130 oder heißt das, äh, bitte fahren Sie nicht schneller als 130 oder auch Richtgeschwindigkeit 130. Und das ist ja, das bedeutet ja das Schild eigentlich, ja. Ja, interessant, oder? Ja, wenn ihr ein blaues Schild seht, wo drauf steht, bitte tragen Sie eine Maske, dann ist, und das ist ja interessanterweise dann häufig auch genau dieses blaue, ne? Ja? Wie bei der Richtgeschwindigkeit 130 oder fast genau, das ist sehr interessant, aber ganz anderes Thema. Ähm, ja. Wie soll das dann weitergehen? Also, wollt ihr dann, wollt ihr dann für immer damit rumlaufen, oder was? Also die Leute, die es nicht, also, ne, nicht, ob ihr das wollt, ne, ihr wollt natürlich nicht, wenn wir damit rumlaufen, aber werdet ihr dann für immer damit rumlaufen, oder wie, wie soll das auch sehen? Hm?